Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Herr Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jäger, Krebs, und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist wahr, die beiden Befehl zu widersetzen! Oh, weist euch das einfach gettet! Das Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen, nie das verrächtige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkses! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert! Es hat mit denen nur ein Spitzpicken... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um daran alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Zucahung! Die شöter! Die Jäger! Die Jäger! Geht jetzt auf der Hui-Hoi, Bonds-Hool-Hanke noch, Oh, oh, oh. Ich weiß jetzt aber,